Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge und heute ist mein Gast Jan Heitmann. Wir haben ihn schon gefeiert hier im Podcast, als nämlich der Christian Hasler hier war. Und er ist Deutschlands bekanntester Puckerexperte. Hallo Jan. Hallo Norman, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es super cool, dass du da bist. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch, haben uns da schon kennenlernen können. Und an dieser Stelle nochmal die herzlichsten Grüße an den Christian, der hier eigentlich dieses Intro gemacht hat oder diese Empfehlung ausgesprochen hat. Und du, oder ein Dank auch an dich, dass du hier die Zusage gegeben hast, dass wir uns heute hier unterhalten können. Lieber Jan, ich würde sagen, stell dich doch selbst nochmal ganz kurz vor. Wer bist du als Privatperson und was machst du beruflich? Wenn aus Smart genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jan Heidmann. Ich bin tatsächlich, wie du das schon gesagt hast, Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Das hört sich jetzt krass an, aber fairerweise muss man sagen, da gibt es auch nur eine Handvoll von. Also die Konkurrenzsituation ist da überschaubar. Wie gibt es da? Bekanntester Pokerexperte deswegen, weil ich 15 Jahre lang professionell Poker gespielt habe. Das heißt, ich habe mein Geld damit verdient, dass ich bessere Entscheidungen am Pokertisch treffe als die Gegner. Und das in der Boom-Phase des Pokersports in Deutschland. Und das hat es mir ermöglicht, auch so repräsentative Aufgaben zu übernehmen, wie zum Beispiel als gesponsorter Spieler Poker zu repräsentieren. Ich habe bei Sport 1 verschiedenste Pokersendungen kommentiert und auch selber mitgewirkt. Und der Stefan Raab hatte mal so eine Pokersendung. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ja, na klar. Er hat da Prominente eingeladen und ich habe diese Prominente eben auf diese Sendung vorbereitet und so Sachen. Deswegen bin ich tatsächlich Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Ich war einfach schon öfter im Fernsehen als die anderen. Stark. Wie kam es zu dieser Leidenschaft? Ich kann es mir schon vorstellen, dass man das irgendwie einen Zugang hat. Aber mich würde noch mal interessieren, so deine Reise dorthin war es eher ein Zufall? Oder hast du dich ganz bewusst schon von ganz früh an dafür interessiert? Nee, bewusst dafür interessiert ging eigentlich gar nicht, weil es das damals noch gar nicht gab in dem Sinne. Also Poker ist ja jetzt in Deutschland erst seit zwei Jahrzehnten wirklich auf der Bildfläche erschienen. Ich habe angefangen, Poker zu spielen. Das war so 96, 97. Und bin selber zum Poker gekommen. Zum einen, weil ich immer schon gerne strategische Spiele gemocht habe. Im Sauerland bin ich groß geworden. Da fängt man dann mit Doppelkopf an. Dann kommt irgendwie Skat dazu. Und Kartenspielen hat mich immer schon interessiert. Und vor allen Dingen bin ich zum Poker gekommen über die Zauberei. Also ich habe, als ich so 16, 17, 18 war, sehr intensiv gezaubert. Hauptsächlich mit Karten. Bin da auch aufgetreten. Also ich weiß nicht, tausende von Auftritten. Habe bei Meisterschaften mitgemacht und habe mich da wirklich sehr intensiv mit beschäftigt. Und wenn man gute Kartenkunststücke vorführt, dann ist meistens einer dabei, der sagt, mit dir möchte ich immer nicht Poker spielen. So als naheliegenden Gag. Und das habe ich einmal zu oft gehört und habe dann gedacht, okay, ich muss mich wenigstens ein bisschen mit diesem Thema Poker auseinandersetzen, falls diese Konversation mal irgendwie weitergeht. Und so bin ich zum Pokern gekommen. Und durch die Zauberei, weil du gerade Zugang angesprochen hast, hatte ich eben auch Zugang zu Literatur. Also 97, man erinnert sich, da gab es noch kein Internet oder noch nicht so richtig, da gab es noch kein Amazon. Da musste man Bücher immer noch in einem Buchladen kaufen. Aber der übliche Buchladen in Deutschland oder auch Europa hat jetzt keine Zauberbücher und eben auch keine Pokerbücher. Aber die Schnittmenge ist da relativ groß. Das heißt, es gibt zum Beispiel in Las Vegas einige große Läden, die so Gamblers Equipment haben und wo man alles Mögliche vom Pokerchip über Kartendecks bis hin zu Büchern kaufen kann. Und da gab es eben Zauberbücher, deswegen kannte ich die. Und eben auch Pokerbücher. Und dann hatte ich direkt Zugang zur Literatur und habe mich damit beschäftigt, habe sehr schnell gemerkt, dass das eben nicht, wie ich damals auch noch dachte, ein Glücksspiel ist, sondern dass das ein sehr, sehr strategisches Spiel ist. Und mit Karten, wo man, wenn man besser ist als andere Leute, auch Geld verdienen kann. Also ein weiteres Hobby mit Karten, mit dem man Geld verdienen konnte, das fand ich ganz klasse und habe dann gesagt, her damit. Wie ging es dann weiter? Du hast dann deine Zauberkarriere dann sausen lassen und bist dann professioneller Pokerspieler geworden? Ja, nee, nicht direkt. Kein Berufsspiel eigentlich. Die Zauberei war eben so 16, 17, 18, so während der Abiturzeit. Das habe ich dann immer noch lange leidenschaftlich weiterbetrieben, aber nicht als Karriere, sondern als Hobby. Ich sage mal, als Hobby, mit dem man sich auch noch was dazu verdienen konnte. Und dann habe ich während des Studiums eben erst mal angefangen, Poker zu spielen, erst mal mit Freunden, ganz klassisch. Das heißt, ich habe Kommilitonen, Kommilitoninnen angesprochen, habe gesagt, hier, lass doch mal ein bisschen Poker spielen und habe auch da sofort versucht, mein Wissen, was ich über Poker hatte, schon direkt weiterzugeben und zu erklären. Und die Leute wirklich so gut wie möglich im Poker zu trainieren, denn meine Intention war da jetzt nicht, den guten Freunden irgendwie ein paar Cent aus der Tasche zu ziehen. Ja, ich wollte keine Opfer, sondern ich wollte Gegner, um eben mich mit diesem Spiel auch weiter zu beschäftigen. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und nach dem Studium, also ich habe BWL studiert, sowas ganz Exotisches, was kaum einer in Deutschland macht, aber in meinem Fall tatsächlich ein bisschen exotischer, weil das an so einer, ich nenne es mal liebevoll, privaten Elite-Schmiede stattgefunden hat. Also der WHU in der Nähe von Koblenz, der Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, private Management-Akademie, wenn man so möchte, da habe ich studiert und bin 2003 da fertig geworden als Diplomkaufmann. Und dann sind damals, ich sage mal, 80, 90 Prozent der Kommilitonen, Kommilitonen entweder ins Investmentbanking gegangen oder in die Unternehmensberatung. Und ich habe während einigen Praktika festgestellt, naja, das ist nichts für mich, da finde ich mich nicht so richtig wieder. Und hatte dann ein Problem, weil was machst du dann? Ja, Industrie, ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Startup war damals 2003 noch nicht ganz so en vogue und noch nicht ganz so zugänglich, sage ich mal. Und ja, dann hatte ich eben ein Problem, was mache ich jetzt mit dem Diplom, was mache ich jetzt mit der beruflichen Karriere? Und meine Lösung war, ich mache erst mal Ferien. Ich fahre erst mal, ich habe mir ein paar Klamotten ins Auto geschmissen, eine Gitarre, die ganzen Friends-Staffeln auf DVD und ein paar Poker-Bücher und habe gesagt, ich reise jetzt durch Europa und versuche mir, diese Reise möglichst lange durchs Poker-Spielen zu finanzieren. Ja, also Poker hat damals schon stattgefunden in verschiedenen großen Casinos, in Großstädten, also Barcelona, Amsterdam, Wien, London, Paris, alles schöne Städte. Und ich habe gedacht, okay, dann fahre ich doch dahin, wo es das auch gibt und versuche mir diese Reise möglichst lange durchs Poker-Spielen zu finanzieren. Und der Plan war, wenn ich nach Hause, wenn ich pleite gehe, dann komme ich nach Hause und suche mir einen Job. Und der Plan ist halt komplett schief gelaufen. Das heißt, ich bin nicht pleite gegangen, sondern im Gegenteil, ich habe da Geld akkumuliert und war insgesamt ein knappes Jahr in Europa unterwegs. Und zum Anschluss an diese Reise, das war dann im Frühling 2004, Frühling, Sommer 2004, bin ich dann das erste Mal zu meiner ersten Weltmeisterschaft im Poker nach Las Vegas gereist. Und zeitgleich hat in Amerika dieser Poker-Boom begonnen, beziehungsweise es explodiert. Das heißt, ich bin 2004 bei der Weltmeisterschaft gewesen und habe da schon gemerkt, guck mal, da passiert richtig was. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich diesen Poker-Boom, der dann explodiert ist, dass ich den wirklich vorhergesehen habe, das wäre vermessen. Aber man hat das so ein bisschen gespürt, dass da was passiert. Außerdem lief das Jahr eh ganz cool und ich sage mal, ein Jahr lang in Europa rumreisen und mit Poker-Spielen sein Geld verdienen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe meinen Eltern erzählt, ich würde das jetzt weitermachen. Und dann hat sich da aus Versehen eine 15-jährige Karriere herausentwickelt. Wie begeistert waren die denn, als du denen das gesagt hast? Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, das macht echt Spaß. Wichtig ist, dass man da die richtigen Eltern mitbringt. Also in meinem Fall waren die natürlich sehr skeptisch, weil die auch nicht wirklich verstanden haben, was denn Poker ist. Ich meine, das ist eh ein obskures Spiel, was eher in der Nische stattgefunden hat und besonders in Deutschland. Ja, Deutschland ist jetzt keine Zockernation oder es ist keine Spielnation, wie das vielleicht die USA ein bisschen mehr sind, was Poker angeht oder andere Kulturen, was irgendwie Backgammon oder Kartenspiele oder so angeht. Da ist Deutschland jetzt nicht so offen für, sage ich mal, kulturell. Ja, und das war schon ein schwieriges Gespräch. Aber auch da, ich habe damals das Risiko recht gut einschätzen können. Ja, ich habe halt gesagt, naja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, damals war die Bankroll so, ich schätze mal 50.000 Euro sowas um den Dreh. Und habe gedacht, naja, ich möchte das natürlich jetzt nicht verballern, also ich möchte das vermehren, aber selbst wenn ich dieses Geld wieder verliere, dann stehe ich trotzdem da mit einem sehr guten Abschluss von einer sehr guten Uni, spreche vier Sprachen, habe irgendwie ein Jahr lang praktische Erfahrungen und auch noch diese Geschichte, ein Jahr lang Poker gespielt zu haben. Da finde ich schon auch einen Job, wo ich irgendwann im Leben wieder an 50.000 Euro rankomme. Also das Risiko war aus meiner Sicht sehr überschaubar. Und das Image damals war ja auch nicht so wirklich gut, oder? Ich meine, das Poker-Image hat sich eigentlich eher verbessert in den letzten Jahren. Ja, es ist ein ganz anderes geworden, ganz klar. Ich meine, damals hatte das eigentlich überhaupt gar keiner auf dem Radar. Dann kam es irgendwann dann auch mal ins deutsche Fernsehen und man hat eben gemerkt, da passiert was. Auch die Stefan-Raab-Sendung hat dann eine ganze Menge dazu beigetragen. Boris Becker hat auf einmal Poker gespielt. Also es gab schon ein paar Aushängeschilder, die das, ich sag mal, legitimisiert haben auf eine gewisse Art und Weise. Aber das hat eine Weile gedauert, bis das passiert ist. Und vorher hatten da die meisten Leute einfach ganz krasse Vorurteile. Ja, weil man das eben aus schlecht recherchierten Filmen kennt. Und wenn da Leute Poker spielen, dann sind alle bewaffnet, nehmen Drogen und mit dem Kleiner stirbt. Das war dann meistens so die Storyline dahinter oder irgendeiner verzockt Haus und Hof und so Geschichten. Und die Realität ist da eine ganz andere gewesen. Aber die merkt man oder die hat man halt nur wahrgenommen, wenn man in dieser Szene auch irgendwo involviert war. Ja, und das war eine sehr kleine Szene. Also als ich angefangen habe, Poker zu spielen, 97, würde ich mal schätzen, haben in Deutschland vielleicht 100 Leute regelmäßig sich in den verschiedenen Casinos getroffen und zusammen Poker gespielt. Lass es 200 gewesen sein, aber so ungefähr die Größenordnung, also so gut wie keiner. Aber es ist natürlich auch ein schönes Bild, was man so in jungen Jahren dann für sich auch ausmalt und sagt, hey, finanzielle Freiheit durch Poker spielen. Ich meine, wie schlechter geht ja ein Arbeitsplatz in der Gestaltung gar nicht. Ja, schon. War das denn Motivation? Nee, nee, bitte. Also zu meinen, was mich interessieren würde, du wolltest deine Reise finanzieren, aber war es dann tatsächlich auch so, da führte das dazu, dass du finanziell unabhängig wurdest durch Pokern, also musstest keinen Job nebenher machen? Warst du erfolgreich? Also finanziell unabhängig in der Momentaufnahme natürlich. Also ich habe da wirklich ein Jahr lang in Hotels gelebt, größtenteils. Und das fing im ETAB Hotel an für 39 Euro die Nacht und dann ging es aber dann in die Vier-Sterne-Kategorie und ab und zu mal Fünf-Sterne. Ja, Fünf-Sterne muss jetzt nicht sein, so viel besser als Vier-Sterne ist es nicht, aber eine vernünftige Dusche und ein gutes Bett habe ich mir dann schon gegönnt. Meistens war ausschlaggebend für die Wahl der Hotels die Nähe zum Casino und da sind dann irgendwann die, haben sich dann die besseren Hotels durchgesetzt. Und es war schon damals so, dass ich da eben mein Leben mit finanzieren konnte. Nicht so schnell so, dass man dann jetzt nicht mehr arbeiten muss oder so. Also das ist eine ganz andere Kategorie von finanzieller Unabhängigkeit. Aber ja, das hat gut funktioniert. Ich habe das natürlich auch immer intern so ein bisschen verglichen mit den Kommilitonen, die halt dann Unternehmensberater oder Investmentbanker wurden. Und es kam ziemlich schnell an den Punkt, dass ich jetzt nicht mehr hätte tauschen wollen. Ja, stark. Okay, wir hatten das Gespräch mit deinen Eltern, also die sich natürlich was ganz anderes für dich vorgestellt haben, als du dann als Plan offerierte hast. Ich habe in der Vorbereitung eine Story, die musst du dir unbedingt noch erzählen, von einem Spanier, glaube ich, war es in deiner Zeit in Barcelona. Kannst du die mal zum Besten geben? Das ist nämlich richtig cool. Ja, das ist eine Geschichte, die ich in meinen Vorträgen auch immer gerne bringe. Und zwar geht es darum, naja, als Pokerspieler möchte man ja möglichst schnell die anderen Leute verstehen und verstehen, wie die ticken, wie die über das Spiel nachdenken, was die über das Spiel wissen. Also in den Kopf des anderen reinzukommen. Und da hatte ich zum Glück am Anfang meiner Karriere so ein Aha-Erlebnis. Ja, also das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht wusste, dass das eine Karriere sein würde. Das war mein erster Stopp nach dem Studium. Das war im September 2003. Da bin ich nach Barcelona gefahren, weil da wusste ich, da wird im Casino Poker gespielt. Und Barcelona im Herbst ist halt immer noch geil. Fängt man mal da an. Ich wusste ja nicht, wie lange die Reise geht. Dann fange ich mal bei einem guten Spot an. Und dann war ich in diesem Casino so gut wie jeden Tag in der Woche. Und so zweimal in der Woche ungefähr war da eben auch ein älterer Spanier. Ja, der hat da Poker gespielt. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlecht dieser Mensch Poker gespielt hat. Der hat wirklich Geld verbrannt. Ich habe das dann irgendwann mal ausgerechnet. Und habe ausgerechnet, dass der im Schnitt am Abend ungefähr 500 Euro verliert. Ja, also der hat, der hat auch mal, der hat auch mal gewonnen, weil ihn einfach das Kartendeck dann geküsst hat. Das passiert beim Poker. Aber so im Schnitt vom Erwartungswert hat er 500 Euro verloren. Ja, das ist natürlich eine Menge Geld. Jetzt war er irgendwie da zwei, dreimal in der Woche da. Das heißt, das sind irgendwie so 6000 Euro im Monat, die er da liegen lässt. Und ich habe gedacht, was ist das denn bitte für ein Idiot? Wie kann man denn so doof sein, ja, durch so schlechtes Spiel so viel Geld zu verlieren? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, stellt sich raus, der ist ein sehr erfolgreicher Neuroschirurg, hat irgendwie mehrere Kliniken, tausende von Operationen und ist finanziell einfach absolut unabhängig. Das heißt, die 6000 Euro für den waren im wahrsten Sinne des Wortes Spielgeld. Das war eine Ressource, die war bei ihm nicht mehr knapp. Der hat auch gerne Golfreisen gemacht oder sind in die Nacht gemietet oder sonst was. Der hat an dem Abend in dem Casino einfach eine Menge Spaß gehabt und hat gesagt, ja, dafür gebe ich halt Geld aus. Hat nebenher einen Wein getrunken, der hat ungefähr so viel gekostet, wie er da verloren hat wahrscheinlich. Und hatte einfach eine gute Zeit und hat da mit den jungen Leuten dieses Kartenspiel gespielt und ein bisschen Geld und das Volk verteilt. Und dessen Motivation war halt eine ganz andere. Ja, meine Motivation war natürlich mit diesem Spiel Geld zu verdienen und seine Motivation war aber Spaß zu haben. Und als ich das verstanden habe, haben sich dann so ein paar Sachen bei mir geändert. Zum einen habe ich den wesentlich mehr respektiert. Ja, ich wollte so werden wie der. Der war einfach finanziell unabhängig und konnte machen, was er wollte und hatte genug Geld, dass er spaßige Sachen einfach so sich leisten konnte. Da willst du ja irgendwann mal hin. Und das andere, was sich auch noch verändert hat, jetzt konnte ich seine Motivation nachvollziehen und habe das verstanden. Und alle anderen haben den immer noch als Idiot wahrgenommen. Und ich wusste aber, warum der so spielt. Das heißt, ich konnte meine Strategie da viel besser drauf anpassen. Und es hatte auch noch einen Nebeneffekt. Er hat natürlich auch gemerkt, dass ich ihn mehr respektiere. Deswegen hat er sich immer gefreut, wenn ich mit ihm am Tisch saß. Ich habe mich aber auch gefreut, mit ihm am Tisch zu sitzen. Da hat sich dann eine tolle Symbiose herausentwickelt. Stark. Coole Geschichte. Das Aha-Erlebnis oder die Erkenntnis daraus ist eben, wir neigen als Menschen dazu, dass wir unsere eigenen Motivationen auch über die anderen drüber stülpen. Und sagen, ja, der müsste doch so denken wie ich oder der müsste doch so handeln, wie ich das tun würde in der Situation. Das ist einfach oft falsch. Und es ist total wertvoll, da mal nach dem Warum zu forschen und die Motivation zu erkennen. Weil dann kann ich eben auch die Aktionen besser antizipieren. Es ist interessant zu wissen, dass zum Beispiel Kunden bei mir kaufen. Aber es ist sehr spannend zu wissen, warum die Kunden denn bei mir kaufen. Es ist gut zu wissen, dass Mitarbeiter gerade motiviert sind. Oder es ist auch wichtig zu wissen, dass sie gerade nicht motiviert sind. Aber der nächste Schritt ist natürlich herauszufinden, warum sind die denn nicht motiviert und was können wir dann dementsprechend tun. Also diese Frage nach dem, also die Welt mal aus der Sicht des anderen zu verstehen, ist mir da sehr eindrücklich klar geworden. Und das ist ja auch ein wichtiges Talent oder sagen wir mal eine Fähigkeit, die man ja auch entwickeln kann, diesen Perspektivwechsel immer wieder zu trainieren und zu sagen, okay, warum sitzt, um jetzt mal das Pokerspielen als Schablone zu benutzen, der andere mit am Tisch. Was, genau wie du sagst, was ist ein Beweggrund. Ich würde gerne da wirklich ein paar Ableitungen gerne mit dir mal versuchen. Also wenn wir sagen, okay, jetzt hören hier viele Entscheider und Entscheiderinnen zu. Was kann ich vom Pokerspielen lernen und auf mein Unternehmen oder meinetwegen meine Fachabteilung übertragen? Was sind die Learnings, die du entdeckt hast? Was sind so die wichtigsten Tipps? Also ich mache das ja jetzt schon seit 20 Jahren, aber es kommen immer wieder neue dazu. Das ist wirklich überraschend für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, was für ein fantastisches Modell für Entscheidungen Poker denn wirklich sein kann. Also man kann Poker, ich sage mal, durch verschiedene Ebenen durchanalysieren und kann erst mal drauf schauen und sagen, ja gut, das ist irgendwie ein Glücksspiel. Und man kann tatsächlich, man darf Poker als Glücksspiel betreiben. Der Spanier zum Beispiel, der hat das als reines Glücksspiel gesehen. Der hat halt einfach irgendwo gehofft, dass er da an dem Abend halt viel Glück hat und damit mehr nach Hause kommt, war ihm jetzt aber auch irgendwie egal. Wenn man es genau betrachtet, ist es aber kein Glücksspiel, sondern es ist ein sehr strategisches Spiel. Es kommt auf die Entscheidungen drauf an und der langfristige Erfolg ist quasi die Summe der einzelnen Entscheidungen. Wenn man nochmal genauer hinschaut, stellt man fest, Poker ist noch nicht mal ein Kartenspiel. Es sind zwar Karten dabei, aber mit den Karten selber passiert gar nichts. Die Karten werden nur entgegengenommen und bewertet. Und das eigentliche Spiel findet in dieser Bewertung statt. Das heißt, da sitzen Menschen am Tisch, die bewerten Situationen, die investieren knappe Ressourcen, die riskieren etwas, die treffen Entscheidungen. Und da bist du schon direkt wieder im Business, weil da sitzen auch Menschen am Tisch, die bewerten Situationen, die investieren Ressourcen, die treffen Entscheidungen. Und Poker deckt alle Aspekte, die eine Entscheidung beinhaltet, irgendwie ab. Weil jede Entscheidung immer exakt die gleiche Struktur hat. Es gibt irgendwas zu gewinnen, also einen Mehrwert, den wir erreichen wollen. Das sind im echten Leben so Sachen wie Unternehmensprofite oder mehr Zeit, Anerkennung, bessere Gesundheit. Häufig eine Mischung aus diesen ganzen Mehrwerten. Beim Poker maximal simplifiziert ist es der Pott. Das sind die Chips, um die es geht, die in der Mitte liegen. Um diese Mehrwerte zu erreichen, müssen wir knappe Ressourcen einsetzen, müssen wir was riskieren. Auch da im echten Leben gibt es eine Vielzahl an Ressourcen. Beim Poker maximal simplifiziert sind es nur unsere Chips. Vielleicht noch sowas wie Aufmerksamkeit und Fokus und so Zeugs. Und das Ganze unter Zeitdruck, unter finanziellem Druck gegen mehr oder weniger kompetente Gegenspieler. Im Poker sind es tatsächlich Gegenspieler. Aber auch im echten Leben, selbst im kooperativen Umfeld, sind immer irgendwie Leute involviert, die ihre eigenen Motivationen mitbringen, die ihre eigenen Hintergründe mitbringen, ihre eigenes Denken mitbringen. Und da möchte man auch irgendwie Informationen drüber sammeln. Und der Hauptvorteil dieses Modells Poker für Entscheidungen, der liegt darin, dass es die beiden Bedingungen einer jeden Entscheidung sehr gut abdeckt. Nämlich, jede Entscheidung findet immer unter Unsicherheit statt und unvollständige Information. Also Unsicherheit heißt, wir können nicht in die Zukunft gucken. Unvollständige Information heißt, zum Entscheidungszeitpunkt wüssten wir gerne alles, tun wir aber nicht. Lass mich mal ganz kurz an diesen Punkt rein, weil das finde ich ganz interessant. Ich sitze nämlich gerade so imaginär auf deinem Stuhl am Tisch und ich habe, wenn das Spiel losgeht, habe ich ja zwei Karten auf der Hand, die ich kenne aus diesem gesamten Spiel. Und während des Spiels sehe ich ja nach und nach, was da auf dem Tisch liegt. Aber mehr weiß ich eben auch nicht. Und wenn ich mir mal anschaue, wenn ich jetzt ein Unternehmen führe oder in einer Abteilung eines Unternehmens sitze, dann habe ich ja genau die Situation. Ich sehe ja auch nur dann erst später im Markt, was passiert, was machen meine Wettbewerber im Markt, wenn die eine neue Kampagne starten, ein neues Produkt launchen oder was auch immer. Und dann gilt es ja darum, also weniger zu reagieren, sondern aktiv an diesem Game teilzunehmen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Korrekt. Aber genau wie du sagst, ich weiß im Grunde nicht, was der andere oder die anderen am Tisch auf der Hand haben. Genau. Und das sind immer die beiden großen Feinde, sage ich mal, gegen die wir als Menschen, als Popa-Spieler, als Entscheider, als Führungskräfte immer wieder agieren. Das ist halt Unsicherheit und unvollständige Information. Und die guten Spieler, die verstehen, das sind auch gleichzeitig unsere besten Freunde. Wir brauchen ja Unsicherheit, sonst könnten wir gar keine Entscheidungen treffen. Wenn wir genau wissen, was in der Zukunft passiert, dann trifft ja keiner mehr im wirklichen Sinne eine Entscheidung, sondern dann wird vielleicht noch abgearbeitet oder ein bisschen gerechnet oder so. Wir brauchen Unsicherheit und mindestens asymmetrische Informationen oder unvollständige Informationen, damit überhaupt dieser Skill der Entscheidungskompetenz zum Tragen kommen kann, damit wir überhaupt einen Job haben als Entscheider. Und wir brauchen einfach auch Unsicherheit, damit ein Markt entsteht. Ja, ohne Unsicherheit passiert da nicht viel. Also wenn man ein ganz plattes Beispiel dann nimmt, wenn man jetzt eine Münze wirft oder wenn man es stylisch machen möchte, natürlich ein Poker-Chip. Und der Chip fällt auf Kopf und danach setzen wir auf Kopf oder Zahl, dann wird da kein Markt entstehen. Das heißt, wir brauchen immer irgendwie ein gewisses Maß an Unsicherheit. Das macht es natürlich dann schwierig, Entscheidungen zu treffen, aber das ist ja dann auch unser Job. Ohne diese Risiken einzugehen, gibt es eben auch keine Chance auf profitable Investments. Gibt es eine Methode, die wir ableiten können aus dem Pokerspiel, wie ich mich eine Entscheidung dafür oder dagegen, ist es ja am Ende, oder um die Pokersprache zu verwenden, halte ich jetzt meine Hand weiterhin und biete mit, oder werfe ich die Karten weg? Gibt es da eine Methode, die sich ableiten lässt, wenn ich mir vorstelle, dass mich ständig der Normen anruft, weil er wieder eine coole Idee hat oder ein innovatives Produkt entwickeln möchte und ich mich entscheiden muss, mache ich das oder mache ich es nicht? Ja, also ich meine, es gibt Dutzende von Konzepten, die ein guter Pokerspieler eben nutzt, um in dieser Welt der Unsicherheit und der Entscheidungen bessere Entscheidungen zu treffen. Und das ist eben das, was ich inzwischen mache, dass ich diese Übertragungen herstelle, beziehungsweise, dass ich den Zuhörern beim Vortrag oder auch den Teilnehmern beim Workshop, bei den Seminaren vermittle, was denn Poker darstellt, also was Entscheidungen wirklich sind, was da die strukturellen Zusammenhänge sind, was die verschiedenen Faktoren sind und wie die miteinander interagieren und welche Konzepte eben gute Pokerspieler ausfindig gemacht haben, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, und eine der Sachen, also wenn man jetzt ständig bombardiert wird mit neuen Investmentideen oder mit neuen Projekten oder mit neuen Möglichkeiten, seine Ressourcen zu investieren, dann fällt mir direkt eine der wichtigsten Strategien ein, die ein Pokerspieler nutzt, nämlich tight aggressive, nennen wir das. Ich formuliere es mal anders. Was glaubst du denn, womit ein professioneller Pokerspieler hauptsächlich sein Geld verdient, was der am meisten macht den ganzen Tag? Das ist eine rhetorische Frage, ich beantworte die auch sofort. Und zwar ein guter Pokerspieler verdient damit sein Geld, dass er meistens nicht mitspielt. Ja, genau. Ein guter Pokerspieler spielt im Schnitt ungefähr 20% der Hände. Das finde ich so genial. 18% der Zeit. Sitze ich da, kriege meine Karten ausgeteilt, schaue sie mir an und wenn ich dran bin, werfe ich die wieder weg und investiere keinen Cent. Warum? Weil nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich einem bietet, auch eine gute Investition ist. Das meiste ist einfach Quatsch. Das heißt, eine der Hauptaufgaben, die ein guter Entscheider hat und das sollte der Grundstock einer jeden guten Strategie sein, im weitesten Sinne, ist es einfach den Schrott auszusortieren und dezidiert Nein zu sagen. Wenn ich dazu in der Lage bin. Ja, das ist halt die Frage, was man möchte. Wenn man jetzt profitabel agieren möchte, dann ist das die Grundlage einer Strategie. Wenn man jetzt unendlich Ressourcen zur Verfügung hat, Kapital zum Beispiel, wie der Spanier, und man möchte Spaß haben, dann ist es wiederum die falsche Strategie. Der hat natürlich nicht tight aggressive gespielt. Der hat 80% der Hände gespielt und nur 20% weggeschmissen. Der wollte ja da Spaß haben. Kostet aber Geld. Wie im echten Leben kostet Spaß da einfach auch Geld. Ja, ganz interessant, weil im Grunde ist ja die Entscheidung Ja oder Nein. Mache ich oder mache ich nicht? Investiere ich oder investiere ich nicht? Wenn ich sage Nein, so wie du sagst, 80% deiner Hände schmeißt du weg, dann bedeutet das ja, du weißt ganz genau, was nach dem Nein kommt, nämlich nichts. Wenn du aber sagst Ja, dann musst du das Spiel halt auch spielen. Ja, dann musst du dich darauf einlassen. Und dann weißt du eben nicht, und dann sind wir bei Unsicherheit und unvollständiger Information, dann weißt du halt nicht, was kommt. Deswegen sind diese Ja's, für die du dich ganz bewusst entscheidest, natürlich auch so wichtig. Und du musst halt auch klar sein, worauf du dich einlässt. Ja, ja, und das muss man sich bewusst machen. Also es ist jetzt leider nicht so, dass wenn man sich dann für ein Ja entscheidet, also sprich die Top 20% der Situation oder der Hände im Poker spielt, dann ist es leider nicht so, dass man in diesen Top 20% auch immer gewinnt. Ja, ganz im Gegenteil. Jetzt kommt eben noch die ganze Unsicherheit ins Spiel und die unvollständige Information. Und der andere kann ja auch eine bessere Hand haben. Oder der kann dich von der Hand runterdrücken, weil er blöfft, etc. Also da passiert jetzt noch eine ganze Menge. Ja, und auch da wieder, damit muss man umgehen können. Also man muss auch in der Lage sein, zwar gute Entscheidungen zu treffen. Ja, jetzt gehen wir weiter im Entscheidungsbaum. Jetzt kommen die nächsten Situationen, jetzt kommen neue Informationen dazu. Der Markt ändert sich, die Konkurrenz macht ja auch irgendwie Sachen. Ja, und dann muss man auch dann wieder in der Lage sein, zu erkennen, wann denn eine ehemals gute Situation sich jetzt nicht besonders gut weiterentwickelt und muss wieder eine neue Entscheidung treffen. Also jede Investition, die ich am Pokertisch tätige, wenn ich in der ersten Runde mitspiele, jetzt habe ich ein paar Chips investiert, jetzt kommen neue Informationen, neue Karten dazu und dann wird ja wieder die Frage gestellt, möchtest du weitermachen, möchtest du weiter Chips investieren? Ja, und jede neue Investition muss eben auch wieder überdacht werden und hinterfragt werden und man muss rausfinden, habe ich mit dieser Investition einen positiven Erwartungswert oder habe ich einen negativen Erwartungswert? Und die Kunst ist es eigentlich, dass man in die mit einem positiven Erwartungswert investiert und die mit dem negativen Erwartungswert weglässt. Auf dem Weg dahin trifft man natürlich immer noch sehr viele Entscheidungen, die dann nicht unbedingt zu einem guten Resultat führen. Das passiert natürlich ständig. Man hat aber auch auf der anderen Seite ab und zu mal Glück, trifft eine schlechte Entscheidung und es kommt trotzdem was Gutes bei raus. Also das funktioniert dann auch. Und es ist ein Prozess, so wie du es gerade beschrieben hast, ein Prozess. Ich kann also auch in der nächsten oder übernächsten Investitionsrunde aussteigen, was ich interessanterweise immer wieder festgestellt habe, dass die Unternehmen das dann nicht machen, weil das Projekt läuft oder weil es politische Entscheidungen gab oder weil, ich habe es mal bei einem Großkonzern erlebt, die konnten sich nicht für unsere Lösung, die weitaus besser war als das, was sie geplant haben einzusetzen, entscheiden, weil es ein Politikum war. Also derjenige hätte sich rechtfertigen müssen im Konzern, dem Vorstand gegenüber, wenn er gesagt hätte, sorry, das, was ich hier initiiert habe, ist leider Bullshit. Das, was die Jungs und Mädels mir hier gerade präsentieren, ist um Welten besser. Ja, sehr interessant. Ja, klar. Ich meine, es gibt sehr viele schlechte Gründe oder es gibt sehr viele Gründe, eine schlechte Entscheidung zu treffen, leider. Das ist häufig so. Ich meine, wir sind natürlich tiefer uns drin einfach auch vor allen Dingen Menschen. Und eine der Hauptschwierigkeiten, überhaupt Entscheidungen zu treffen und Risiken einzugehen, ist eben die Angst vorm Scheitern. Wir haben eine große Abneigung davor, ein schlechtes Resultat einzufahren. Und das steht uns generell bei Entscheidungen unheimlich im Weg. Und ist aber sehr leicht erklärbar. Ich meine, es gibt verschiedenste Studien, die, also inzwischen ist das ziemlich gut erforscht, dass man einfach weiß, Menschen agieren eher verlustminimierend als gewinnmaximierend, nenne ich das jetzt mal. Also wir sind mehr motiviert, dass wir ein schlechtes Ergebnis auf jeden Fall vermeiden wollen, als dass wir ein gutes Ergebnis erzielen wollen. Wir haben auch die Tendenz, je nach Persönlichkeitsstruktur ist das ein bisschen anders ausgeprägt oder stärker ausgeprägt. Aber bei jedem Menschen ist es so, dass wir schlechte Erlebnisse, schlechte Ereignisse wesentlich stärker bewerten als das gleiche gute Ereignis. Also sprich, wenn ich 100 Euro irgendwo finde oder gewinne, dann fühlt sich das gut an. Aber wenn ich 100 Euro verliere, dann fühlt sich das richtig schlimm an. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, der negative Ausschlag wird viel, viel stärker bewertet. Das ist auch recht leicht erklärbar. Wenn man früher bei irgendwas gescheitert ist, dann ist man von irgendwas gefressen worden. Also ganz, ganz früher war Scheitern einfach tödlich. Das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Und opfern dafür auch die möglichen Upseils, die wir eigentlich generieren könnten. Ja, und das kannst du finanziell bemessen. Das kann aber auch ein Reputationsverlust sein oder einfach sich eingestehen, dass man irgendwo falsch abgebogen hat, abgebogen ist. Und dann diese Kurskorrektur, das kratzt am Ego etc. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, dass wir das vermeiden wollen. Und die werden beim Poker auch sehr schnell offensichtlich. Also die spürt man dann regelrecht in sich drin. Ja, ich mag das auch nicht, wenn ich einen Pott verliere. Aber mich interessiert es nicht auf der intellektuellen Ebene, ob ich diesen Pott verliere oder nicht. Sondern mich interessiert dann nur noch, ob ich sinnvoll investiert habe. Ja, ob das Geld, was ich investiert habe, quasi einen positiven Erwartungswert erzielt, der sich jetzt dann leider nicht realisiert hat. Aber grundsätzlich sollte ich diese Strategie weiterfahren. Das interessiert mich. Und da macht man sich als Pokerspieler auf die Suche, wie man das maximieren kann. Und natürlich auch, wie man mit diesen menschlichen Emotionen irgendwie umgehen kann, jeden Tag. Absolut. Ich überlege gerade, wie können wir jetzt all die Leute, die jetzt hier zuhören, also das Millionenpublikum, lieber Jan, dazu motivieren. Weiterhin Entscheidungen zu treffen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das eine Entscheidung ist, die zum Ziel führt oder ob das eine Entscheidung ist, aus der ich was lernen kann. Auch das ist ja wichtig. Einfach deshalb, weil wir ja in einer besonderen Zeit leben. Wenn ich mir mal das Thema Pandemie anschaue oder auch die weltpolitische Lage, dann ist es ja wichtig, jetzt nicht in diese Schockstarre zu verfallen, sondern mutig zu entscheiden, voranzugehen. Und wir sehen ja auch, ohne dass wir jetzt hier einen politischen Podcast draus machen wollen, aber wir sehen ja auch, dass Entscheidungsebenen auf politischer Ebene, also wie werden Gespräche zwischen den Ländern geführt und so weiter, das ist ja ein Riesenthema. Da ist ja ein Riesenentscheidungsprozess schon vorausgegangen. Wenn wir das Ergebnis sehen, da ist ja die ganze Mühle schon auf Hochtouren gelaufen. Wie können wir die Leute motivieren, wirklich auch etwas zu wagen? Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst. Ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmer-Mentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, das ist eben was, was ich mit diesem Thema Poker und Business eben auch versuche voranzutreiben. Man kann aus diesem Modell sehr viel mitnehmen und sehr viel trainieren, auch in diesem Modell selber. Wir haben ja schon gesagt, es fällt uns schwer, Entscheidungen zu treffen, weil wir als Menschen sehr resultatsorientiert denken. Wir werden immer am Resultat gemessen. Das fängt schon in der Kindheit an. Es ist egal, wie gut du es gelernt hast. Es ist egal, wie gut du es verstanden hast. Wenn du aus Versehen an dem Tag der Klausur einfach schlecht drauf bist oder aus Prüfungsangst oder welchen Gründen auch immer da nicht ablieferst, dann ist das die Note. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann bewerten wir immer das Resultat. Und das ist vom Mindset her schon mal zumindest nicht optimal. Es ist verständlich, aber es ist nicht optimal. Unter anderem, weil Resultate immer lügen. Jedes Resultat, was wir beobachten, lügt. Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel gestern. Gestern hat Bayern München gegen Villarreal gespielt. Und vor dem Spiel war halt eine der Mannschaften irgendwie 60-40 Favorit oder 55-45 oder was auch immer. Und nach dem Spiel hat das eine Mannschaft, gut, gestern ist unentscheidend ausgegangen, aber normalerweise hat dann eine Mannschaft entweder 100% der Punkte oder 0% der Punkte. Das heißt, der Gewinner, der wird massiv überbezahlt. Dem stünden eigentlich nur 60% der Punkte zu. Aber ein Resultat verteilt hat immer 100% oder 0. Das Problem ist, wenn wir jetzt ein Resultat bewerten. In jedem Resultat steckt immer eine ganze Menge Kausalität. Das sind die Entscheidungen, die dazu geführt haben. Und eine ganze Menge Zufall. Das sind Ereignisse, die wir nicht vorhersehen können. Sowas wie Trump oder Brexit oder Corona oder Ukraine. Also in den letzten Jahren gehen da die Extrembeispiele überhaupt nicht aus. Stimmt. Und es sind Faktoren, das sind Faktoren beinhaltet, die wir auch nicht mit beeinflussen können. Sowas wie Trump oder Brexit oder Ukraine. Das heißt, eine ganze Menge Random Shit. Und wenn wir diese Resultate mit bewerten, dann bewerten wir diesen Zufallsteil auch immer mit. Für den können wir aber nichts. Das Einzige, wo wir uns darauf konzentrieren können, ist die Qualität der eigenen Entscheidungen. Und den Glücksfaktor, nenne ich das jetzt mal, wir nennen das in der Pokerfachsprache lieber so wie Varianz, also die Zufallskomponente, den muss ich lernen auszuhalten. Zum einen auf einer strategischen Ebene, dass ich eben dafür gewappnet bin, dass ich solche Niederschläge oder Niederlagen auch aushalten kann. Also als Pokerspieler brauche ich einfach genug Kapital, dass ich nicht alles in einem Turnier setze. Das würde zum Beispiel ein guter Pokerspieler nie machen. Das ist so ein geflügeltes Wort, alles auf eine Karte setzen. Aber genau das macht halt ein guter Pokerspieler nie. Also er versucht das um jeden Preis zu vermeiden. Weil wenn Karte nicht kommt, dann kaputt. Wenn ich meinen kompletten Net Worth darauf setzen würde, dass eine Karte kommt oder dass eine, meinetwegen auch 90 Prozent der Karten kommen, aber in 10 Prozent bin ich halt einfach kaputt, dann kann ich der Pleite nicht entgehen langfristig. So, das will ich also nicht machen. Das heißt, ich muss mich dafür vorbereiten, dass ich eben kleine Teile von meiner Bankroll, von meinem Gesamtkapital immer wieder in Situationen investieren kann. Aber wenn die Situation halt schlecht ausgeht, dass ich dann immer noch was übrig habe und in die nächste Situation investieren kann. Das ist das eine auf der strategischen Ebene oder auf der finanzstrategischen Ebene. Und vor allen Dingen aber auch auf der mentalen Ebene. Also ich möchte diesen Mindset hinbekommen, nicht resultatsorientiert zu denken, sondern entscheidungsorientiert. Ja, das hat auch einen Riesenvorteil. Zum einen, man erträgt die Resultate viel leichter. Ich weiß halt, ich habe in der Situation gut investiert. Jetzt hat der andere Glück gehabt. Ja, ist halt so, ist halt mit eingeplant. In 20 Prozent der Fälle gewinnt halt der andere, wenn ich nur 80 Prozent Favorit bin. Und es gibt mir die Möglichkeit, auch bei schlechten Resultaten sehr gut zu schlafen. Weil wenn ich alles richtig gemacht habe, wenn ich wirklich gut investiert habe und dann nur Pech hatte, dann habe ich mir selber nichts vorzuwerfen und kann mit der Entscheidung auch viel besser oder mit dem Resultat viel besser umgehen, weil die Entscheidung einfach bestätigt hat. Das ist wichtig. Super cool. Ja, absolut. Und als Beispiel, als Pokerspieler ist einem das völlig egal, ob man jetzt einen Pott gewinnt oder nicht. Ich möchte wissen, habe ich sinnvoll investiert? Wenn ja, dann abgehakt und dann passiert halt irgendwas. Das gucke ich mir an. Dann muss ich danach natürlich schon nochmal schauen, habe ich jetzt noch genug Chips übrig, um weiterzuspielen? Also wie hat sich die Situation verändert, um in die Zukunft weiter zu agieren? Das ist natürlich schon wichtig. Aber ich bin da nicht mehr so involviert, auch emotional nicht mehr. Mir ist es sogar egal, ob ich an einem Tag, an einem Abend aus einem Casino komme und Plus gemacht habe oder Minus gemacht habe. Sehr, sehr häufig kommt man raus und hat Minus gemacht, ist aber trotzdem happy als guter Pokerspieler, weil man weiß, die Gegner hätten mit meinen Karten, mit meinen Situationen, die ich an dem Tag zu bewältigen hatte, noch mehr Minus gemacht. Ja, und wenn man das tatsächlich analytisch belegen kann, also es hilft jetzt da nichts, sich in die Tasche zu lügen und nicht ehrlich mit sich selber zu sein. Ja, also das ist auch eine Schwierigkeit. Aber wenn man das tatsächlich analytisch belegen kann und sagen kann, okay, meine Gegner hätten noch schlechter performt, als ich an dem Abend, ja, dann hat man eigentlich im Vergleich, im direkten Vergleich Plus gemacht. Ja, weil das Geld, was ich nicht ausgebe, kann ich am Ende des Monats genauso, oder was ich nicht verliere, das Geld, was ich nicht verliere, kann ich am Ende des Monats genauso ausgeben, wie das Geld, was ich gewinne. Ja, aber die Zufriedenheit, das ist, finde ich, so wichtig, was du gerade sagst, die Zufriedenheit der eigenen Investitionen, also jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, gehst du als, also gehst du mit einem Guthaben vom Tisch oder eben nicht, aber zufrieden zu sein und zu sagen, hey, ich habe gut investiert, Thema Fehlerkultur, Thema Investitionskultur eben auch. Ich kann mich ja für ein Projekt entscheiden, aber zum Beispiel nach zwei Wochen sagen, hey, es war keine gute Entscheidung, ich steige aus. Ja, aber sich gar nicht erst zu entscheiden, ist das Problem. Vielleicht hast du eine gute Entscheidung und das hat sich jetzt geändert. Also es kann ja verschiedenste Möglichkeiten geben, jetzt zu sagen, ab jetzt macht es keinen Sinn mehr. Ja, also das heißt, gute Pokerspieler, gute Unternehmer, gute Führungskräfte sind die, die relativ schnell erkennen, hey, ich reite ein totes Pferd und steige ab. Also das ist definitiv eine große Problemzone, sage ich mal, also Stichwort Zankkost. Problemzone, schön, ja. Ist ja so ein Standard, dass man sagt, ja, wir haben jetzt schon so viel investiert, wir müssen jetzt auch noch weiter investieren. Das in sich ist jetzt erst mal keine gute Argumentation, ja, sondern jede neue Investition hat ja einen Erwartungswert für das Geld, was ich jetzt da weiter investiere. Ja. Und leider ist es häufig so, dass man zwar schon viel investiert hat, aber jetzt feststellen muss, alles, was ich jetzt noch nachschieße, macht halt auch Minus. Also sollte ich das nicht tun. Ja. Das ist jetzt nicht immer nur, also wenn man über Investitionen redet, dann verfällt man leicht in die Falle, dass man dann nur über Euro spricht oder über Dollar oder über halt, ich sag mal, harte Währung. Ja. Man muss aber schon auch schauen, dass die Mehrwerte da richtig definiert sind. Ja. Also es kann natürlich auch eine sinnvolle Sache sein, Geld zu verlieren, aber einen anderen Mehrwert dafür zu gewinnen. Ja. Ja, da muss man schon immer schauen, was ist denn wirklich der tatsächliche Mehrwert, den ich da erreichen möchte. Ja. Wow. Sehr, sehr cool. Ja, na, also ich bin, wir machen das ja noch nicht so lange. Ich meine, die Überlegung, dass Poker und Business viel miteinander zu tun haben, die habe ich auch nicht erfunden. Da bin ich nicht der Erste, der da drauf kommt. Das ist schon seit sehr langer Zeit oder dass Poker ein tolles Modell ist für Entscheidungen. Das ist schon seit sehr langer Zeit bekannt. Ja, also unter anderem der Bereich der Spieltheorie wurde auch mithilfe von Poker weiterentwickelt. Ja, John von Neumann und Oskar Morgenstern haben 1946, glaube ich, ein Buch veröffentlicht, The Theory of Games and Economic Behavior. Das ist so der Grundstein der modernen Spieltheorie, also in der Ökonomie, aber auch zum Beispiel im Kriegsfall und so weiter, spieltheoretische Überlegungen. Und auch da wurde schon Poker zur Hilfe genommen, weil es einfach ein fantastisches Modell ist für Entscheidungen unter Unsicherheit, weil es sehr viele dieser Aspekte darstellt und man kann das dann einfach leichter in diesem simplifizierten Modell analysieren. Ja, vor allem die Anforderung an Entscheidungen wird halt immer höher. Wir müssen schneller entscheiden. Wir müssen am Tag unzählige Entscheidungen treffen, aufgrund auch der Informationen, die wir bekommen oder auch eben nicht haben. Also ich glaube, dass das, ich glaube, so exponentiell, wie wir uns technologisch entwickeln und alles, was damit zusammenhängt, Kommunikation, Marketing, Vertrieb in einem Unternehmen, genauso exponentiell entwickelt sich der Entscheidungsprozess. Ja, wir müssen schneller reagieren im Markt. Wir müssen auf relativ krasse Umfelde, Umfeldveränderungen reagieren. Ja, dann gibt es halt den Markt morgen nicht mehr, weil wir pandemisch bedingt zu Hause bleiben müssen. Ja, und auf einmal hast du ein digitales Business. Ja, wie war das vorher? Oh krass, mein Geschäftsmodell gibt es seit einer Woche nicht mehr. Ja, also ich finde das extrem wichtig, dass viel mehr Unternehmen einfach mal Poker spielen sollten, um mal die Perspektive zu wechseln. Ja, also, ja, ich meine, da sprichst du mir natürlich aus der Seele. Denn ich glaube, dass wir eigentlich wirklich Entscheidungen treffen, nicht wirklich trainieren oder nicht wirklich gelernt haben. Man rutscht da so ein bisschen rein, man sammelt Erfahrungen und dann rutscht man so ein bisschen rein. Dann gibt es natürlich auch unterstützende Methoden etc. Aber dieses Modell Poker ist da noch, ich sage jetzt inzwischen, das ist wahrscheinlich die beste Management-Ausbildung, von der noch keiner was gehört hat oder die man noch nicht kennt. Das wird aber kommen. Das hat so viele, es hat so viel Potenzial. Also wir reden da über konkrete Konzepte, die man anwenden kann, sowas wie Tight Aggressive, dass man sagt, okay, ich muss einfach meistens Nein sagen, um ab und zu Ja sagen zu dürfen. Gibt es noch so eine Strategie? Ja, also nehmen wir mal eine gute Verbindung mit Tight Aggressive. Du hast ja auch vorhin gesagt, naja, wenn ich dann investiere, dann passiert jetzt natürlich was. Jetzt öffne ich mich ja quasi der Unsicherheit. Jetzt kommen neue Informationen dazu, jetzt folgen daraus weitere Investitionen, weitere Entscheidungen etc. Wenn ich Nein sage, dann weiß ich, jetzt passiert nichts in die Richtung. Aber wenn ich Ja sage, dann öffnet sich ja jetzt auf einmal wieder der Entscheidungsbaum. Und da ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren, ist einfach Informationszustand oder Entweder Vorteil oder Nachteil. Und eines der wichtigsten Konzepte am Pokertisch, das kennt man analog so ein bisschen aus dem Immobilienmarkt, da heißt es nämlich, der Wert einer Immobilie, der Wert eines Objektes, ist abhängig von drei Faktoren, Lage, 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 sagt man so schön. Und beim Poker heißt das, der Wert einer Pokersituation ist abhängig von drei Faktoren, Position, Position, Position. Was meine ich damit? Poker wird im Uhrzeigersinn gespielt. Das heißt, Karten werden ausgeteilt, dann gibt es den Dealer-Button und links vom Dealer-Button geht es dann im Uhrzeigersinn rum. Das heißt, es gibt einen Spieler oder eine Spielerin, die ist als Erste dran, die muss als Erste agieren und es gibt einen Spieler, der darf als Letzter agieren. Und von der Formulierung hört man schon, wo ich lieber sitze. Ich sitze lieber hinten. Warum? Weil ich in letzter Position einen riesen Informationsvorteil habe. Der Erste, der dran ist, also es geht rein um die Informationsverteilung, der Erste, der dran ist, der weiß noch nicht, was passiert. Der weiß noch nicht, wie viele Leute mitspielen, der weiß noch nicht, wie teuer es wird, der weiß noch nicht, wer mitspielt, der weiß nichts, der muss jetzt aber eine Entscheidung treffen. Das heißt, die Informationslage ist sehr dürftig und das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Angenommen, der investiert jetzt und jetzt kommen drei Leute mit, jetzt kommen die nächsten Karten und jetzt ist der wieder als Erster dran. Das heißt, der wird kontinuierlich in dieser schlechten Informationslage Entscheidungen treffen müssen. Wenn ich als letzter Spieler dran bin, dann habe ich einen riesen Informationsvorteil, weil sehr viele Informationen, die ich für die Entscheidung brauche, dann einfach abrufbereit da sind. Ich weiß, wer schon drin ist, ich weiß, wie teuer es wird, ich weiß, was die vor mir gemacht haben. So, jetzt ist aber am Pokertisch das Problem, diese Positionen sind ja fix in jeder Hand. Irgendwo geht es los und dann hat man für die nächste Hand diese Position, an der man gerade sitzt. Wie schaffen das jetzt gute Pokerspieler, dass sie häufiger in Situationen mit einem Informationsvorteil investieren, als mit einem Informationsnachteil? Da steckt die Antwort schon in der Frage drin. Wir spielen einfach häufiger mit, wenn wir einen Informationsvorteil eingebaut haben. Das heißt, wir spielen insgesamt tight aggressive, also tight heißt ja eng, enge Auswahl von Händen, nur die Top 20 Prozent. Aggressiv ist die Art und Weise, wie wir dann investieren, wenn wir schon in eine Top 20 Situation ausgemacht haben, dann aggressiv. Ja, aber die sind halt nicht gleich verteilt. Es sind nicht immer die Top 20 Prozent, sondern in der frühen Position mit einer schlechten Informationslage schraube ich das noch weiter zurück und versuche mich da möglichst häufig auszuhalten. In der späteren Position, wo ich einen Informationsvorteil habe, möchte ich öfter involviert sein. Und das kann ich ja machen. Ich kann ja gucken, am Pokertisch habe ich da einen ziemlich guten Einfluss darauf, wenn ich einfach in später Position häufiger mitspiele, dann spiele ich häufiger mit einem Informationsvorteil mit. Da kann ich mehr Hände profitabel spielen, da kann ich leichtere Entscheidungen treffen, kann ich ganz viele Pötte gewinnen, die mit einer schlechteren Informationslage nicht zu gewinnen wären, etc. pp. Und das ist das, was wir auch in den Workshops immer wieder feststellen. Da finden die Leute, die Teilnehmer raus, die Teilnehmerinnen raus, wie diese ganzen Faktoren miteinander zusammenarbeiten. Wie ich die verschiedenen Konzepte miteinander verknüpfen kann und welches Konzept in bestimmten Situationen einfach das Wichtigste ist. Anderes Konzept, Spielertypen. Ich möchte natürlich in den Kopf der Gegner reinkommen. Ich möchte verstehen, wie die ticken. Manchmal ist das das eins, die ausschlaggebende Information, die ich brauche. Alles andere, Mathematik, Strategie, Positionsvorteil, etc. pp. kann ich quasi ausklammern, weil der Typ, gegen den ich spiele, Stichwort Spanier zum Beispiel, einfach so eine krasse Persönlichkeitsausprägung hat in eine Richtung, dass das alles überschattet. Und das findet man im Business eben auch häufig, dass du sagst, ein Faktor ist in dieser Situation einfach ausschlaggebend. Alle anderen können wir mehr oder weniger ausklammern. Nicht komplett, nie komplett, aber weniger akzentuieren und müssen uns darauf konzentrieren. Und diese Sachen, die lernt man sehr, sehr viel schneller und viel leichter in einem simpleren Modell. Das ist in der komplexen Wirklichkeit, solche Zusammenhänge zu erkennen, schwieriger, wenn man sie aber in dem Modell schon erkannt hat, dann findet man sich auch viel, viel leichter in der komplexen Wirklichkeit. Also üblicherweise, wenn jemand dieses Konzept tight aggressive am Pokertisch verstanden hat, dann geht der danach durch die eigene Welt und findet das ständig an allen möglichen Ecken und Enden. Das geht von großen strategischen, unternehmerischen Entscheidungen bis hin zum Zeitmanagement, dass man sagt, ah ja, guck mal, an der Stelle kann ich einfach wieder Nein sagen. Cool. Und dann freut man sich auch. Weil Nein sagen macht ja eigentlich nicht so viel Spaß, aber dann freut man sich, dass man so ein gutes Beispiel davon gefunden hat, dass man sagt, ah guck mal, da hätten jetzt die schlechteren Spieler Ja gesagt und ich sage Nein. Cool. Stark. Das führt dazu und das ist eben der Effekt, den wir damit bewirken, dass die Leute leichtere Entscheidungen treffen und auch schneller entscheiden können. Ja, weil sie einfach Entscheidungen grundsätzlich besser verstanden haben. Und dann sind wir wieder bei deinem Thema, dass du sagst, okay, wir sind in so einer volatilen Zeit, in so einer dynamischen Zeit, wir müssen entscheidungskräftiger werden, wir müssen entscheidungskompetenter werden. Es ist, häufig der, bei den Piloten heißt das immer so, dass die, dass die Hauptursachen für irgendwelche Flugzeugabstütze oder Unglück oder sowas, die liegen jetzt nicht an den falschen Entscheidungen, sondern die liegen hauptsächlich daran, dass niemand eine Entscheidung getroffen hat. Das ist im unternehmerischen Kontext auch häufig so, dass einfach die Entscheidungen vor sich her geschoben werden, ja dann gucken wir in einem halben Jahr oder in zwei Jahren bin ich eher aus dem Laden raus, dann kann das ein anderer machen. Es werden einfach keine Entscheidungen getroffen und das führt einfach definitiv nicht zum Erfolg und häufig zum Niedergang. Oder einfach auch, genau, oder einfach zu spät. Nimmt das Thema Digitalisierung in den Unternehmen, wenn meine Prozesse nicht digitalisiert sind, wenn meine Organisation nur in Teilen digitalisiert ist oder ich sage, hey, sorry, meine technische Infrastruktur, die kann ich jetzt nicht rausreißen, weil die gibt es seit zwei Jahren, ist noch nicht abgeschrieben und hat drei Millionen gekostet, dann spielst du halt einfach morgen im Markt mal nicht mehr mit, weil du die Entscheidung nicht getroffen hast und die Person ist vielleicht gar nicht mehr in deinem Unternehmen, weil die hatte nur einen Vierjahresvertrag als CTO oder, weißt du, also das, und das ist so, so merklich, ich erinnere mich gerade an so die Situation Kodak, ja, das Thema Digitalfotografie, das war ja alles da, ja, aber man hat halt die Entscheidung nicht getroffen, das hat dann halt ein anderer gemacht, gibt es Kodak heute noch? Bedingt. Also nicht mehr so, wie es die früher mal gab. Nur noch in Schwarz-Weiß sozusagen, nicht mehr in Bund. Ja, Nokia, genau das Gleiche. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen, lieber Jan, ich versuche auch mein Bestes, dass wir jetzt nach dem Podcast mit dir nochmal besprechen, ob wir nicht doch eine Masterclass in der Jeans Alliance University mit dir machen. Lass uns ein bisschen Werbung machen für dich. Man merkt schon, ich brauche hier gar nicht viel machen in diesem Podcast, das ist total entspannt mit dir, weil du natürlich auch Keynote-Speaker bist, also man kann dich buchen und du bietest Workshops an zu diesem Thema. Ja, wir haben eine, also wir, das sind ein paar Poker-Experten, die ich schon lange kenne, wir haben eine Akademie für Entscheidungskompetenz gegründet, nennt sich HPEG, das steht für Heuristisch Angewandte Poker-Theorie und Entscheidungskompetenz, das ist ein bisschen ein spänniger Name, aber wir fanden den cool, weil der zum einen zeigt, wo wir herkommen, wir kommen aus der Poker-Szene, wir haben es tatsächlich millionenfach angewendet und im Poker-Modell ist trilliardenfach getestet, also da kommen wir her, heuristisch angewendete Poker-Theorie und Entscheidungskompetenz ist das, was wir vermitteln wollen, ist das, wo wir hinwollen. Insofern ist das von links nach rechts gelesen ungefähr der Zeitstrang oder die Ausrichtung und gleichzeitig ist es auch noch als Name eine Hommage an HPE Kerkeling, HPEK, der mal gesungen hat, das ganze Leben ist ein Spiel, also gut, der hat gesungen, das ganze Leben ist ein Quiz, aber wir wissen, was er gemeint hat. Das ist meine HPEG, kann man finden unter hapeg.org und da kann man sich mal schlau machen, ob das nicht vielleicht eine interessante Geschichte wäre als Management-Training oder als Entscheidungskurs, sich damit zu beschäftigen. Ich kann das wärmstens empfehlen, ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen auch. Aber wir packen alles in die Shownotes, auch wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ich finde es extrem wichtig, es ist eine ganz wichtige Zeit, in der wir gerade sind und wir müssen Entscheidungen treffen, jetzt unabhängig davon, ob das am Ende die richtigen sind, aber ich glaube einfach, dass es keine Entscheidung die viel schlechtere Entscheidung ist. Das ist absolut richtig. Lieber Jan, ich habe jetzt noch so eine kleine Personal Insights-Runde mit dir vor. Ich habe so ein paar Fragen, ich werde jetzt die abgespeckte Version mit dir machen, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist und du versuchst so ganz kurz und schnell zu antworten, wie es dir möglich ist. Das ist nicht meine Spezialität, aber ich versuche es. Frage Nummer eins, Elevator-Pitch zu deiner Person, wer bist du und was macht dich aus in einem Satz? Oh, da sage ich tatsächlich ganz gerne, ich bin Deutschlands bekanntester Poker-Experte und dann kommt immer eine Nachfrage, dann kann ich danach weiter ausholen. Ja, das ist ziemlich cool. Auf einer Barbecue-Party, wie cool ist das, du sagst einen Satz und die Leute sagen, oh, erzähl. Ich habe früher ja immer sagen können, ich bin professioneller Pokerspieler, da kam auch immer eine Reaktion. Das ist total schön. Jetzt kannst du sogar sagen, hey, hör dir einfach mal einen Podcast an und lass uns ein Bier trinken. Korrekt. Eine meiner Lieblingsfragen, was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart oder einen Spleen, den du so noch niemandem erzählt hast und hier in diesem Podcast veröffentlichen möchtest? Oh, das ist eine interessante Frage. Da müsste ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken. Nee, ich habe eigentlich immer schon viel über mich selber preisgegeben. Gibt es irgendwas, was einen total überraschen würde? Nee. Fällt mir jetzt nichts ein. Okay. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Ich glaube, Geschichten. Also, mich faszinieren Narrative, mich faszinieren Geschichten. Ich glaube, dass sehr viel von dem menschlichen Wissen tatsächlich über Geschichten aufgebaut wird und weitergegeben wird und das beinhaltet natürlich auch immer, also für mich zumindest, auch immer die Interaktion mit anderen Leuten und Geschichten zu erleben. Ich habe, glaube ich, mal mit, ich weiß nicht, in den jungen Jahren, 14, 15 oder sowas, als Lebensziel formuliert, dass ich genug Geschichten sammle, damit es nie langweilig ist. Also auch später, wenn man nichts mehr kann, dass man dann zumindest noch Geschichten erzählen kann, die man selber erlebt hat und die einen geprägt haben und nicht, dass alle sagen, jetzt müssen wir wieder zur Oper und der zählt wieder vom Krieg. Bitte keinen Krieg mehr, das ist ja unnötig. Ach nee, das muss nicht sein. Okay, sehr cool. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob lebendig oder schon tot, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen? Wow. Oh, da gibt es einige, die da in Frage kämen, finde ich. Christopher Hitchens fände ich total spannend. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein ehemaliger, ist schon tot leider, ein ehemaliger britischer Journalist, der sehr viel, unter anderem ein Buch geschrieben hat über Atheismus. sehr, sehr allgemein gebildet, unheimlich belesen, das würde mich mal faszinieren, mit dem an einem Tisch zu sitzen. Also ich stelle mir das übrigens immer so vor, dass ich mit den Leuten dann am Pokertisch sitze. Ja. Ja, es gibt ja dieses berühmte Gedankenspiel, dass man sagt, mit wem möchtest du mal ein Abendessen machen? Ja, und ich würde lieber Poker spielen, weil erstens hat man da genauso viele Möglichkeiten, sich gut zu unterhalten und zweitens findet man da auch raus, auf eine gewisse Art und Weise, wie die Leute denken. Durch das strategische Spiel, am Pokertisch kann sich keiner verstecken, da findet man ziemlich schnell raus, wer wie tickt. Na, sehr cool. Würde ich auch direkt die Leute da in meiner Welt begrüßen können, habe wenigstens auch ein bisschen was Spannendes zu erzählen. Ja, genau, sehr cool. Gibt es ein Buch, was für dich einen besonderen Mehrwert hatte? Ja, ich habe vor, das war jetzt ein Jahr her oder so, zum ersten Mal 12 Rules for Life gelesen, Jordan Peterson. Finde ich ein faszinierendes Buch. Freue mich jetzt auf das zweite Buch, was da, das heißt glaube ich, dann nochmal zwölf Regeln oder so. Total spannend und das lese ich jetzt zum zweiten Mal durch und finde eigentlich auf jeder Seite wieder irgendeinen Satz, der mich, der mich weiterbringt. Ja, cool. Sehr zu empfehlen. Ich habe eine neue Frage, die habe ich noch nie gestellt, aber ich finde sie ganz witzig. Hast du dein Handy in der Nähe? Ja. Okay. Das war schon die Frage, das ist eine krasse Frage. Nee, nee, die kommt noch, pass auf. Die wird gut. Stell dir vor, du würdest dein nächstes Buch schreiben oder dein erstes Buch schreiben, je nachdem. Und der Titel des Buches wäre die letzte WhatsApp-Nachricht, die du geschrieben hast. Wie würde dein Buch heißen, der Buchtitel? Der Titel des Buches wäre die letzte WhatsApp-Nachricht. Da muss ich mal reingucken. Moment mal. Was habe ich als letztes geschrieben? Dust for Balance. Oh, geil. Da habe ich geschrieben. Das wäre sogar okay, da könnte man was draus machen. Ja, absolut. Das hat sich auch in der Pokersituation, oder das war eigentlich ein Gag für pokeraffine Leute. Balance ist das, wo eine gute Strategie ist auf eine gewisse Art und Weise immer ausbalanciert. Ja. Ja, dass du beim Pokertisch das eine Aktion nicht verrät, was du damit vorhast, sondern dass es auch das andere sein könnte. Sonst bist du zu leicht durchschaubar. Das ist quasi ein strategisches Konzept. Da könnte man was draus machen, das wäre okay. Wäre ein geiler Buchtitel. Ja, also wenn du das Buch schreibst, bitte erwähn mich da irgendwo. Dann werden wir das. Jan, vorletzte Frage. Drei Interviewgäste. Wen würdest du hier gern mal hören? Wen soll man einladen? Wen kannst du uns empfehlen? Wen würde ich gerne mal hören? Eine geschätzte Kollegin von mir, Tina Teucher, beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie man das vor allen Dingen auch im Business umsetzen kann, aber auch nutzen kann als Asset quasi mehr als das ist irgendwie ein Problem oder extra Kosten sind. Das ist ein super Thema. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten, wer fällt mir denn nochmal so ein? Spannend, fände ich zum Thema Entscheidungen tatsächlich auch unseren Wirtschaftsminister gerade, der kann das ziemlich gut erklären, wie ich finde, in den verschiedensten Talkshows. das beruhigt mich, stelle ich fest, dass er zumindest über Entscheidungen sehr gesamtheitlich nachdenkt und abwägt und sich auch bewusst ist, dass das zwar schwierige Entscheidungen sind, aber die getroffen werden müssen. Ja. Fand ich ganz interessant. Oh, dritte Person. Gucken, ob der Zeit hat. Einmal wäre ja, du hast ja nicht gesagt, dass es realistisch sein muss, Herrn Putin würde ich doch mal fragen, what the fuck? Nein, wirklich, den würde ich einfach mal aus der, wenn man auf der spielteorischen Ebene ganz weit oben anfängt und sagt, wirklich, du findest, das ist eine gute Idee, einen Krieg anzufangen in Europa, der offensichtlich internationale Konsequenzen hat und möglicherweise einen dritten Weltkrieg riskiert, direkt, während wir in einer globalen Pandemie sind und eigentlich alle zusammenarbeiten müssen, das verstehe ich nicht. Da hätte ich schon die eine oder andere Frage noch. Ich weiß aber nicht, ob man da eine Antwort drauf bekäme. Wahrscheinlich nicht, aber das wäre ein sensationeller Podcast. Ich kann dir mal anfragen. Hey Jan, hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir hier in einem Podcast nochmal ein Update machen. Ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern könntest, was wäre das? Puh, ja, da hat man das natürlich mit einer Sache schon mal nicht so leicht. Ich glaube tatsächlich, einer der wichtigen Punkte ist es, rationales, logisches Denken kombiniert, aber auch mit der menschlichen Seite schon früher in die Bildung mit einzubauen. also mal ganz plakativ auf mein Thema wieder runtergebrochen, aber ich fände es einfach total schön, wenn sich Leute mit Poker mehr beschäftigt hätten, weil sie dann in der Lage wären, Entscheidungen besser auseinander zu klamüsern und auch Informationen zu verarbeiten. Also da hängt ganz viel mit dran. Ja, ich sage mal, kritisches Denken, probabilistisches Denken, ein bisschen Mathematik mit eingeflochten, auch schon in Kinderjahren zu lehren und da gewisse Skills aufzubauen, weil dann folgt daraus eine Menge mehr positive oder gute Entscheidungen.